und damit herzlich willkommen zurück meine lieben freunde zu f13 zusammen mit der trouble town gang und ja wir werden jetzt hier erstmal versuchen hallo maru diesmal bist ja kein böser mann nee ich bin jetzt die liebe frau ist aber ein scheiß haus nicht wieso weil die türen mit einem schlag kaputt gehen magst du hier max ist tot die sichung hier die sichern wo du das dem was einbringen müssen ok ich bin per meister ich habe ich habe erste hilfe ich treffe damit nichts will jemand die schrufe der besser treffen kann als ich gib mal alex ich habe gehört der guten aim was ich habe ein messer und so halt ich treffe halt nix wieder ein gutes messer hier liegt das besser abschaut das wasser gar nicht habe ich irgendwas habe irgendwie eine phone box news oder so brauchen wir das ja gibt die mir gibt die mir gibt die mir okay beschütze ich dich gleich da dran wo hast du die hier oben bin ich wo bist du denn hier und noch im haus ja um unter die treppe runter die papiere bitte haben keine das ist schlecht das ist nicht gut hey was soll der miss denn hallo nicht auf leute das ist ja wohl unhöflich hier hat man euch keine manieren beigebracht die hintere türklemper kommt man nicht raus das ist gut das ist gut das ist gut oh fuck oh fuck wo habe ich mich erschrocken hör auf du bist noch ein Leben die Tür ist zu dascil nicht weil die immer sterb dich zu er ja ja aber mir hat wieder der verdammte kommt dein stanz funktioniert hat irgendwelche und comic rufen keine ahnung Also, ich war nur perig, dass ich mich fast befreit hätte. Aber um 20 Sekunden hat die Kumpel dann durchs Fenster gebrochen. Wie war es bei dir? Mich hat er auch durch den Fenster geschmissen. Hat wenigstens jemand Tommy gebrochen? Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendeine Telefonsicherung oder sowas. Die habe ich Maru gegeben. Ja, das war gut. Aber Funkgeräte hast du noch keins gehabt, oder? Nee. Normalerweise müsste dann einer von uns respawned sein. Also, die haben Tommy noch nicht gefunden. Und Kuntran jagt jetzt Dalu und Kapuze. Oh, wer hat der Chiba? Die sollten jetzt eher auf Polizei spielen. Was meinst du? Glaube ich auch. Also, ich würde es tun. Ja. Er kennt... Ganz ehrlich. Er kennt ja jetzt das Auto. Du kriegst ihn mies, solange du Stunt, dass du das Auto startest und davon fahren kannst. Ja. 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 Jetzt muss... Jetzt muss Shigo noch kurz... äh... gut... äh... ausweiten. Oh, das gefällt eigentlich Brücke. Naja, das... Das ist hier richtig mies hier auf der Stelle. Wenn du da einmal... Wenn du da ein Telefons richtig hältst für die Brücke, hast du fast keine Chance. Schnellen sind die Brücke. Schnellen sind die Brücke. Schnellen sind die Brücke. Die Brücke. Ich muss aufAccentlicht werden. Die Brücke. Schnellen sind die Brücke. Ich muss auf dem Milchranjusen gehen. Ich muss auf den Milchranjusen gehen. Und dann... Ey, schnellen Sie an! und ich bin jetzt der polizei alle zähl ja flüssig aber alles bitte was geht auf x hier und dann siehst du rechts deine leichte jetzt hinter ihm ja auch stimmt die verstecken sie jetzt alle ganz gut dass sie die spinole verkauft oh der hat richtig kriegt mit dem kopf so wie sie es hand hat das schaffen die glaube ich auch sowas von ihnen sie vor allem die haben eine Feuercracker haben sie auch noch auch das wird mir zu heiß oh das wird knapp von jones fick dich ich hab doch so eine Feuercracker von der Polizei ja das war die freeze in der Tata warum hatte ich da gerade noch einen Cent irgendwo auf dem Map radio radio ah ok that's my good boy mommy has a reward du warst jetzt so nett vom Haus wegzellon natürlich sich wo du rein gemacht hast yay level 5 Shigo bist du entkommen mit dem Auto naja liebe freunde wenn es euch gefallen hat das like kommen jetzt und schau bei den anderen vorbei alles in der video beschreibung wir sagen danke und tschüss bis zunächst war